Während hochkarätige Prominente über den roten Teppich für die British Fashion Awards 2023 laufen, ist Meghan Markle damit beschäftigt, ihre Beine breit zu machen und mit ihrer Lieblings-Agento Backritte auf einem anderen Parkplatz Papa Spaziergänge zu machen. Meghan Markle wurde am Montag lächelnd gesehen, als sie in Kalifornien unterwegs war, scheinbar völlig unbekümmert, während die Aufregung über die rassistischen Royals in England anhält. Sie musste herauskommen und so tun, als wäre sie glücklich, wie der trotzige Idiot, der sie ist. Aber wir alle wissen, dass sie die Dinge wirklich mit Wut sieht, dass ihre Tricks nicht funktioniert haben und dass sie jetzt noch unbeliebter ist als je zuvor. Meghan wurde an Santa Barbara, ein paar Meilen von einem Monitoranwesen entfernt, gesichtet, als sie scheinbar dem Feuersturm entgegentrat, der im Heimatland von Ehemann Prinz Harry tobte. Sie trug schwarze Leggings und ein schwarzes langämeliges T-Shirt mit einer grünen Baseballköppe. Meghan trug ein paar New Balance 327 Sneaker für 100 US-Dollar und ihre Lieblings-Grosonnenbrille, die im Einzelhandel für rund 400 US-Dollar erhältlich ist. Es war nicht klar, ob sie auf dem Weg zum Fitnessstudio war, aber diese Fotos wurden von Buckrid auf einem Parkplatz aufgenommen. Nun, ist es ein Zufall, dass Prinzessin Katharine weniger als 24 Stunden von ihrem Tiara-Moment des Jahres entfernt ist und mit internationalen Powerstars auf Tuchfühlung geht, Meghan aber nur eine schäbige grüne Baseballmütze und einen Parkplatz hat, damit sie sich besonders fühlt? Meghan ist völlig besessen von der königlichen Familie. Unmittelbar nachdem der Palast die neue Veranstaltung angekündigt hatte, organisierte Meghan einen Papa-Spaziergang. Wie üblich werden heute die hochrangigen Mitglieder der königlichen Familie an einer einheitlichen Front auftreten, da sie zum ersten Mal, seit sie in das Zentrum der Diskriminierung geraten sind, gemeinsam abgebildet werden. Der König und die Königin werden vom Prinzen und der Prinzessin von Wales bei einem diplomatischen Empfang bei Bokinghunter TV begleitet. Sie ist so dumm und vorhersehbar. Sie ruft Parkgrit an, um ein Foto zu machen, um uns allen zu zeigen, dass es ihr gut geht und sie sich nicht verstecken wird und so weiter, aber es ist so verdammt seltsam, dass sie ständig über die Parkplätze schlendert. Sie sollte die Standorte ändern. Auf den neuen Fotos gibt Meghan erneut vor, mit jemandem zu telefonieren. Sie klammert sich um ihr Leben ans Telefon. Sie lächelt und putzt sich jedes Mal, wenn sie denkt, dass eine Kamera in der Nähe sein könnte, es sei denn, sie inszeniert einen traurigen Moment. Sie ist sehr langweilig und macht ungesund, was auch immer sie getan hat. Sie sollte aufhören. Meghan findet, dass sie genauso sportlich und athletisch ist wie Catherine. Bei ihr ist es immer ein Tag zu spät und ein Dollar zu wenig. Was kommt als nächstes? Wir sehen sie in Pyjama-Hosen und flauschigen Hausschuhen auf den Parkplätzen herumschlagen. Auf die Gefahr hin, wie Anna so kennzuklingen, Meghan, du siehst arm aus. Man merkt, dass sie sich Sorgen macht. Schauen sie sich nur die Anspannung in ihrem Nacken und ihren Händen an. Sie ist wütend. Meghan kann nichts für sie tun. Sie lächelt, aber die Tatsache, dass sie sehr gestresst ist, weil sie die Frau ist, die Ellen gegenüber geprahlt hat, dass ihre Haare vergessen haben, was sie einmal waren. Sie glaubt, dass der Hut die Tatsache verschleiert, dass sie zu gestresst ist, um sich die Haare zu frisieren. Aber es ist nicht. Das Wellen- oder Lockenmuster ist erkennbar, und sie ist nicht der Typ, der so auftaucht, es sei denn, sie ist sehr gestresst.